hallo ich ist martin von meinem bank ist dass die dachsanalyse für nun mittwoch den 19 10 2022 und unser dachs hat sich hier ein schönes türmchen hochgebaut und kann man auch mit den amerikanern aber gut war da wieder reingeströmt was auch einiges dann schon wieder erst mal kaputt gemacht hat wir hatten gestern drüber gesprochen über was eigentlich kann ich mir erinnern ich glaube es war ein langes video da ging es bestimmt viel um psychologie ja um das was dahinter steht warum der markt steigt wie er steigt und warum er fällt wie er fällt wir hatten darüber gesprochen dass viele überrumpelt sind viele auch ohne stop loss unterwegs waren und der markt bestimmt noch mal oben raus sticht so in die 49 830 rein hat man gesagt also dass er einfach und dann auch ein paar punkte abholen kann 830 49 rein und auch höher haben wir klubbisch sogar so gesagt wir waren jetzt hier an dieser trendlinie dran die wir im tagesschart schon mal vor ein paar tagen bis ins visier genommen hatten als wir gesagt haben hier unten wenn er sich ja so schön abgeflacht hat und sechs tage gebraucht hatte für die zwei tag aufwärts wenn er sich hochdreht dass er durchaus da oben noch mal dran kann das ist jetzt eingetreten das heißt man muss jetzt ein bisschen aufpassen dass das nicht bloß ein pullback war dann wäre das ja einfach bloß eine abc formation gewesen pullback und dann hier quasi einen dritten abwärtsstrang wenn man die den und dann von hier noch mal ein sieht der wird wahrscheinlich am tief nicht weit kommen sondern auch bloß hier unten erstmal kurz reinstechen und wieder zurück weil das insgesamt in der abwärtsbewegung doch zu korrektiv geworden ist aber wie gesagt das ist halt einfach ein wichtiger punkt von dem man auch ein bisschen gegenbewegung erwarten kann und wenn ich das jetzt so sehe haben wir zwei offene gaps das ist einmal die 650 und das ist einmal die 370 und die werden beide erreichbar von hier oben ja also wenn der sich jetzt doof anstellt man darf das als hanging man werten hier letztendlich wenn er sich jetzt doof anstellt und ich sag mal unterhalb von 87 80 8 und handel reingeht würde ich erst mal dieses wir hatten ja schon eher eine long orientierung trainiert die letzten tage schon eher mich auf der short seite orientieren ja also alles was unter 87 eigentlich geht würde ich eher auf der short seite dann sehen erstmal in den gap close rein hier dann kann man sehen gucken wie es sich verhält und wie gesagt gegebenenfalls vielleicht auch unten zweiten anders wäre das wenn es ihm gelingt das oben rauszunehmen zum mittwoch gelingt oben rauszunehmen oben drüber zu steigen weiter über die 49 rauszuarbeiten denn dann kommt erst wieder hier 13 200 13 300 darüber dann definitiv noch platzter ein bisschen sollte man vielleicht eine zwölf na jetzt bringe ich die zahlen durch und dann sei es mir heute schon im update so gegangen wir haben wir haben heute schon hier oben auch ein update geschrieben da hat man gesagt man das reicht ja also an der 936 da war das also daran getippt haben auch umgeschickt das reicht rechnet mal damit dass der sich jetzt wieder ein bisschen nach unten schiebt 750 650 das durchaus erreichbar und da habe ich auch geschrieben wenn er die 49 aber überwindet dann geht er hoch an die 120 50 wenn er hoch geht dann geht er an die 120 50 ist natürlich die 1350 gemeint aber ich würde das ein bisschen korrigieren das werden wir auch morgen früh im update dann noch mal schreiben für diejenigen die sie kriegen das ist nämlich die 1320 schaut mal hier schaut mal hier der punkt wird dann wichtig aber der wird immer gerne mal überrissen deswegen ist 1350 gar nicht so abwegig ja aber so 1320 bis 1350 das beste mittwoch erstmal noch so ein kleiner knackpunkt und dann kann man aber auch sagen also alles was da drüben ist es auch positiv ist auch lang weil das wäre dann schon abwärts trendbruch ja so dass man schon sagen kann über 49 erst mal in die 1320 rein kann man sich mal geben und dort ein bisschen aufpassen und wenn er drüber geht dann ja dann wirklich 13 200 13 300 dann ja also rein in die nächste trendlinie hier im tag ist hat die dann momentan notiert um die 13 250 rum okay das soweit der blick auf der oberseite ne stimmt gar nicht unterseite haben wir auch schon besprochen ja also unter 87 sehe ich da die 650 bis im zweifel sogar 3 70 muss jetzt nicht alles am mittwoch schon erreicht werden wird wahrscheinlich eher ein bisschen rum kleckern jetzt einfach und und von daher würde ich sagen ja belassen wir es dabei blick ist klar wichtige stelle ist erreicht gibt es geschlossen zwar auch immer mit eines unserer ziele gewesen die 49 mal relativ auf den mund gehabt schon in der anstiegsphase hier und jetzt muss man gucken ja wenn er jetzt hier natürlich sich nach unten weg stößt rücklaufrisiko ist doch erheblich insbesondere wenn es dann bloß eine dreiwellige bewegung war muss man mal aufpassen weil auf dreiwellige bewegungen wäre dann wenn schnitt nach ellbentheorie und so weiter hier unschön weil dass die wahrscheinlichkeit sogar erhöht dass man hier noch mal ein neues tief kriegen kann ja gibt ausnahmen genügend auch muss ich nicht erwähnen aber muss dafür über die 49 grad rüber und kann man sich eigentlich relativ einfach machen entweder ist darüber oder erst unter 87 80 und so könnte man sich dann den handel für den mittwoch auslegen ich mache hierzu wünsche euch gutes gelingt viel erfolg und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss